Also schauen wir uns jetzt aber mal das Ergebnis zum Splatfest an. Bin ich mal gespannt was es ist. So, als erst mal die Arena Neueskeit. Ne, Splatfest. Also, da die Ergebnisse vom Splatfest sind nun da. Sind sie? Achso, ja also die Ergebnisse vom Splatfest sind da. Ja, so dann schauen wir mal zuerst. Und wenn es irgendjemand von euch spoilert, schau es nicht krass. So, die ist dumm. Ich sag mal Team Film hat am meisten Stimme. Aber wir werden es sehen. Und, 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 und. Und welches Team hat wohl gewartet? Team. Film. Yes. Ui, ich war ganz schön krass. Haben wir so ein App dabei, dann sei ich auch vorausgesagt. Naja, weil ich mein Team Film ist einfach das krasseste Team. So. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Hey, super. Haha, super. So. Okay, okay. So weit, so gut. Kommen wir nun zum Wichtigsten. Ja, Beliebtheit. Ich sag mal, ist alles. Irgendwie sagt das immer Marina. Siege. Auch das, glaube ich, liegt bei Team Filme. Sowohl Solo als auch Team. Weil die immer viel, viel mehr waren. Na. Ui, ui, das war knapp. Solo war übelst knapp. Also, ob Team Bisse einfach in Solo viel besser waren. Ui. Finde ich krass. Okay. Aber das heißt, ja, wenn wir es mal zusammenreißen nennen. Beliebtheit plus Punkt für Team Filme. Team Kampf. Plus Punkt für Team Filme. Sowohl nur Plus Punkt für Büßer. Zwei Pluspunkte für Film. Ein Pluspunkt für Büßer. Damit hat Team Film gewonnen. Scheiße, unser Team hat gewonnen, Leute. Das ist krass. So. Und damals ist das Ergebnis schon klar. Und die brauchen das nicht mehr hier groß zu machen. Team Filme. So. Haben wir es auch gerade zusammengerechnet, ne? Also, sehr schön. Damit hat Team Filme gewonnen. Ihr wisst bis heute. Und ich bedanke mich an allen, die wir in Splatfest mitgemacht haben. Mh. War sehr cool. Ich hoffe, es hat Splatfest gefallen. Und ich finde, es hat verdient. Oder es ist verdient, dass Team Film einfach gewonnen hat. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Hoffen wir beim nächsten Splatfest, dass es wieder so ist, dass hier unser Team gewinnt. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Ich wollte es hier einfach nur das Ergebnis sagen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut, Leute. Und ciao. Ciao. Ciao.